Wir sind heute beim Rindermastbetrieb von der Familie Zimmermann. Die Maschenabschnitte teilen sich in Vormast, Zwischenmast und Hauptmast. Hier sind wir jetzt bei der Vormastgruppe, die auf Trittmisch gehalten wäre. Die Rinder kommen mit ca. 200 bis 250 Kilo hier auf dem Betrieb an. Wäre dann bis ca. 650 Kilo in drei Maschenabschnitte gemächtet. Gefühlt wird hauptsächlich Mais-Silage, Gras und Luzerne und die Tiere werden am Ende der Mast einzeln selektiert und dann vermarktet. Hier auf dem Betrieb wird neben dem Silage und dem Heu auch Mineralfutter gefüttert. Das Mineralfutter wird speziell für diese Ration zusammengestellt. An dem Mineralfutter befinden sich alle Mineralstoffe, die wichtig sind, damit sich die Tiere gut entwickeln können. Zusätzlich enthält das Mineralfutter noch Lehmthefe und panzerstabile Spurelemente, einfach den Panzer zu entlasten und die Rinder während der Mast optimal zu versäugen.